Woche 26, Tag 3. Ich komme gerade vom Laufen. War heute wieder Intervall laufen. Neun Intervalle und je zwei Minuten mit 60 Sekunden Pause dazwischen. Im letzten Intervall dachte ich, okay, war doch relativ hart das Ganze. Aber beim Auslaufen habe ich mich wieder fit gefühlt und hätte noch weiter können. Jetzt kann man natürlich sagen, ich bin entweder in den Intervallen nicht hart genug gelaufen oder ich habe mich sehr gut erholt im Auslaufen. Wie dem auch sei, Einhalt ist absolviert. Ich bin zufrieden. Ich bin jetzt nach der Einhalt besser als vorher noch ein Punkt zufrieden zu sein. Und Power of Three, deswegen noch der dritte Punkt, wenn ich zufrieden bin. Die Lauf V2 Max noch mal gesteigert auf 58 jetzt. Ja, von daher alles super gelaufen für heute. Das war's für heute. Morgen geht's weiter. Ciao, ciao. Ciao, ciao.